Die Sendung wurde live untertitelt Die Sendung wurde live untertitelt Ja, ich bin auch wegen meinem Alten hier Ich wollte weg von ihm Viel weiter weg als das hier geht's kaum Okay, okay Hier, hier Wir haben Befehle Wir gehen rein bei Epsilon Dann wird's dreckig, genau wie ihr's gelernt habt Seid ihr alle im Bilde? Weiß jeder, wohin es geht? Allemann bereit? Dann los! Mitchell, Ions, geht vor! Los geht's Nordkorea überfiel Seoul Wir mussten sie zurückschlagen Das war nicht nur eine Mission Es war unsere Initiation Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu Call of Duty Advanced Warfare In der Kampagne Ich bin voll gespannt Was das Spiel so für uns Hergeben wird Rechts unten sehen wir schon mal Den Ladebalken, der da vor sich hinkriecht Und ich hoffe doch, dass meine alte Mühle Das Spiel doch noch einigermaßen Vernünftig packt Ich hab's schon ein wenig Online-Multiplayer Angetestet Und Das war nicht gerade sehr erheiternd Ich hab's aufgenommen Falls ihr's sehen wollt Bis zum Verbindungsabbruch Oh ne Bist jetzt Alle Mann festhalten Jassa Es geht los Ganz wie im Training, Mitchell Sowas von Ähm Okay Ähm Wo? Achso Du siehst mich auf der anderen Seite Okay Wow Da geht's ja Langsam Wow Aufpassen, Junge Halt dich fest Ja, wo? Äh? Komm schon, Mitchell Jetzt Ja, komm Ja, komm Ich schaff's schon Wow Das war knapp Landepunkt Zurückgesetzt Scheiße Oho, Junge Wo fliegst du uns hin? Haben wir keinen Fallschirm oder so Damit wir aussteigen können Bist du noch am Leben? Nein Und du? Mitchell Die Tür Okay Jetzt gucken wir mal zur Tür raus Was uns da erwartet Drei Zwei Eins Let's go Wow Da hast du ja sauber gepackt, mein Freund Wow Aufpassen, Junge Passt doch auf Ist Okay Wir müssen zum Boden runter und zu Sprengteam einstoßen Ja, Sir Oh Kontakt, Kontakt Verschießen Okay Wow Okay Ich lade mal ein bisschen durch, oder? Sicher ist sicher Auf dieser Seite geht es steil runter Hier drüben haben wir Platz Wir müssen runterspringen Macht eure Booster bereit Denkt dran Kontrolliert mit kurzen Schieben den Fall Okay Läuft Läuft bei mir, läuft Läuft Alles in Ordnung, nichts passiert Ja, ja, klar Kommandoposten sollte da vorne sein Sind das unsere, oder die vom Feind? Okay, das sind unsere Soweit sind wir doch gar nicht fern gelandet, oder? Soweit sind wir doch gar nicht fern gelandet, oder? Wo muss ich denn hin? Hallo Will hier bitte einer mit mir reden? Ich weiß nicht, wo ich hin muss Hier hoch vielleicht? Nee Da hinten Okay Entschuldigung, Chef Mein Fehler Ach, Quatsch Komm, Chef, geh vor Oder soll ich Okay, da stehe ich halt vor Vorsicht, mein Freund Wie geil ist das denn? Oh, dann schieße ich auch unsere eigene Hoffe doch nicht Puh Wird von irgendwo beschossen Aber ich weiß nie, von wo Acht von Acht von Ach, den Schreck Jemand anders geschätzt Jaja, bin schon unterwegs Au, au Ja, ich weiß, dass ich verletzt bin Kann mich jetzt schaffen können Dass ich meine Tür nicht wegschmeißen sollen Na ja, nochmal Nein, ich gehe nicht nochmal drauf Ich werde es mit hochregenerieren Ach okay, einer von uns Okay Wo? Okay Ich halte die Tür fest Ja, ich bin unterwegs Ach du Schreck Das sind ja 100.000 Das ist ja wie in Matrix Auf die Drohnen Ja, ist gut Da macht mal schneller, Leute Ich kann die nicht treffen Unglaublich Habe ich gerne gemacht, Chef Wupp Ist ja gut Hetzt doch nicht so Wir müssen durch dieses Hotel Okay Ich gehe vor Sieht sauber aus Okay Ah, cool Okay Granate Granate Au Ich muss hochregen Warte auf mich Stopp Oh man Oh, die zielen ja ganz schön gut Ne Genau, rennen wir genau in die Schüsse So mache ich das So mache ich das Wie kommen denn da noch Man, gleich geht mir die Munition aus, wenn ich Pech habe Oh, ich habe keine Munition mehr Wir müssen rüber auf die andere Seite Booster bereit machen Okay Hallo Uua Okay, jetzt habe ich mich viel komplizierter vorgestellt Aber es geht Läuft, Freunde, läuft Nee Ich will mich doch mal ein bisschen umsehen, Karmak Wart mal auf mich Oh Das ist unser Ziel Wir müssen unser Sprengteam finden Sie haben die ganze Straße zerlegt Der Havoc-Werfer Die Nordkoreaner schalten damit wichtige Straßen aus Wir müssen um dieses Loch herum, um in den Handelsdistrikt zu gelangen Okay, wie machen wir das? Chef? Okay, mittendurch, oder wie? Sprengteam 1, ihr Badger 0,1 Seid ihr da? Over Wir hören, Badger 0,1 Wir nähern uns die Position des Havoc-Werfers Sende jetzt Video-Cordula Verstanden Wir empfangen Rücken zu Fuß vor Ankunft in 15 Minuten Verstanden Wir befinden unsere Position Over Okay, beeilen wir uns Badger-Team Oh, wäre auch so runtergekommen, okay? Drohnen, Drohnen! Und verletzt Leute Geht mal in Deckung Wenn ihr uns dagegen habt, okay? Macht ihr doch mal bitte platt Oh, ich hab keine Munition Können wir mal auch jemand früher sagen Na komm, Leute Macht's mir nicht schwerer, als es schon ist Könnt auch gerne auf meine Kollegen schießen Es muss nicht immer ich sein Okay Das krieg ich hin Na, ich geh durch Sie setzen Rauch ein Warngranate werfen Wow Okay Das ist schon mal cool Ach komm, den hol ich mir Geht doch Sicher Bist du sicher, dass das sicher ist? Okay Oh Mann Was für Spinner, ey Und wie? Ach, mit blanker Gewalt oder wie? Okay Gut Wow, was ist denn das? Was ist das? Nicht feuern! Blau! Blau! Identifizieren! Atlas PMC Rettungseinheit Wir transportieren ein Ziel Wie ist das Wetter im Süden? Ein echter Albtraum Der östliche Tunnel ist die bessere Wahl Verstanden Viel Glück Also los! Mir nach! Ich will zu den Atlas Jungs Die haben besseres Equipment Well, ist das nicht der Laden deines Vaters? Yep Die haben die beste Ausrüstung Das beste Gehalt Wieso bist du nie eingestiegen? Wollte meinem Land hin Nicht meinem alten Schluss jetzt Nach vorn bewegt sich was Patrouille Auschalten Okay Eine von diesen komischen Granaten Okay Läuft Den hole ich mir Freunde Den hole ich mir Läuft doch Wow Komm, wo werde ich beschossen? Soll ich da rauf Oder wie? Okay Gut Das kann ich auch Sind das unsere Leute Oder ich kann die kaum auseinander halten? Das ist richtig böse Au Okay Das ist keiner von uns Okay Und ich habe keine Granaten mehr Das ist ja wundervoll Und einer noch Na komm Ah, der war Das war meiner Oh Okay Langsam entwickelt sich das hier Alles zu einer Schussorgie Oder wie man sowas nennen mag Okay Ja, ich lege mich mal kurz hin Sind da noch mehr? Natürlich sind da noch mehr Frag ich denn auch Immer wenn ich einen Abknall Rückt einer nach Na komm Duck dich mal Oh Wir haben den Schieb da ausgeschaltet Ist die Lage hier clear? Oder Cormac Okay, meine Freunde Ich würde mal sagen Wir sehen uns Im nächsten Part wieder Danke fürs zugucken Tschüss perce technisch We Ich bin Ich bin